ja wie finde ich den passenden hengst oder wie findet man den passenden hengst haben wir natürlich verschiedene möglichkeiten einmal kann man über die über unsere homepage da sind die hengste alle mit aufgelistet dass man sich die schon mal im bild angucken kann sind bei allen hengsten auch kurze videos mit dabei und hat die möglichkeiten der hengst vorführung wir können oder man kann zu den turnieren fahren auch da wird bei uns auf der homepage angegeben wann die hengste wo starten oder man kommt einfach mal hier direkt bei uns vorbei oder auf den anderen deckstellen vor kurz anrufen und guckt sich die hengste einfach mal live an dass man die einfach mal in natura natürlichen training sieht und gar nicht mal so bei den hengst vorführungen aufgeputscht und mit musik und viel tamtam sondern dass man vor ort einfach einen besseren eindruck von den hengsten bekommt wenn man dann hier vor ort ist oder hier mal vorbeikommt dann kann oder können wir uns dann auch gemeinsam die hengste mal angucken gehen durch den stall und wenn ich selber so ein bisschen informationen über die stute bekomme oder sie vielleicht schon mal gesehen habe hat man so eine idee welcher hengst passen könnte wichtig ist natürlich nachher dass für sie für euch als züchter dann so der funke sozusagen überspringt und man da auch eine gewisse sympathie für den hengst empfindet ob das ganze hinterher wirklich passt das sieht man dann im nächsten jahr wenn dann hoffentlich ein gesundes fohlen zur welt kommt aber erstmal muss man gucken so ein bisschen dass man die stute kennt dass wir so ein bisschen informationen über die stute bekommen können wir informationen über die hengste weitergeben dann guckt man welche kombination da vielleicht am besten passen könnte auch da we 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 we